Wohin soll ich? Oh, das darf ich. So. Es gibt dann trotzdem eine göttliche Gerechtigkeit. Hey, Philipp. Da. Hier sind wir in Rücksau-Schache. Der Polizist Hans-Rudolf Kühny. Der höchst aggressiv, korrupt. Der hat es gern gehabt Familie, wehrlose Familie zu terrorisieren und anzuhalten ihre Kinder zu bedrohen. Ich denke, der Mann war ein schizophrener Psychopath der sich irgendwie zu Hause hatte sich schön und hat immer mitgeholfen in der Ruchi. Und seine invalide Frau hat immer geholfen aber nach Hause hat er schön andere Kinder terrorisiert und ganze Familie terrorisiert und gelogen. Und jetzt, einen Monat später ist er weg. Und was interessant ist sie versuchen gerade wieder die Gesetze zu verschärfen damit ein Polizist und in den Zeitungen sagen sie da kommen alle Art von Experten ans Wort Die armen Polizisten Die armen Polizisten die machen doch nur ihre Arbeit und die Ton wird immer roher und sie werden bedroht überall und so Sie haben einen 9mm gegen wehrlose Menschen aber sie fühlen sich immer noch nicht ganz sicher und mit diesem Fall wollen sie dann wieder alles verschärfen damit einfach zwei Polizisten solche Gesetze dass man solche Gesetze macht dass zwei Polizisten einfach etwas zusammenlügen können und ich sage wir fühlen uns bedroht und hoppla dann gehst du sofort im Knast das wollen sie gerade machen Ja Ein Verbrecher war das Ein korrupter verbrecherischer Polizist war der Hans Rudolf Küni und irgendwie gibt es schon eine göttliche Gerechtigkeit dass er jetzt weg ist Da hat sicherlich auch dabei Roger Fanghauser in Schaffhauser in Emmittal war der im vordersten Front und hatte ja keine Kugel abgenommen mal schön wieder eine Tür einschlagen Herrlich das ist ja schön alle Frustrationen von daheim vom invaliden Frau zu helfen und da immer mit so abspülen zu helfen so wie das in der Zeitung steht hatte schön all seine Frustrationen von daheim hatte ja auf andere rauslassen können und natürlich war der Tat nicht geplant ich meine der Fanghauser ist ist in seinem Pyjama ist er noch geflüchtet auf der Straße das ist nicht geplant wir werden angelogen von all diesen Zeitungen und Medien um einfach diese weitere Polizeistaat hier zu zu begründen das ist die Weltpolizei die gegen gegen den Menschen gegen das Volk einfach immer mehr Macht hat und immer mehr Rechte hat jeder zu terrorisieren wenn sie das wollen und hier als Ausländer hat man natürlich hat man überhaupt keine man hat überhaupt keine Rechte in der Schweiz ja und da sitzen sie dann da dahinter ach wie arme Polizisten unsere so eine göttliche Gerechtigkeit sein aggressives Verhalten ist bestraft worden am 24. Mai hat man ihn erschossen als er sich mal wieder wehrlose Menschen hatte terrorisiert aus der Wohnung versucht zu setzen die Tür einzubrechen und am 9. April hatte der Herr Ross und seine Familie und Kinder hatte voll terrorisiert bedroht angegriffen rumgeschubst etwas zusammengelogen einfach um Ausländer hier im Gefängnis zu setzen man kann davon ausgehen dass 80% der Ausländer die im Gefängnis sitzen hier in der Schweiz unschuldig im Gefängnis sitzen die haben etwas die Schweizer haben etwas zusammengelogen und ja man hat keine Chance hier Schweizer habe immer recht wenn ein Problem alle Ausländer wissen hast du ein Problem mit dem Schweizer hat lieber den Mund ja sie haben immer recht die Polizei in der Schweiz sind Schweizer die Justiz sind Schweizer die die kriegen dich du verlierst immer die kriegen dich immer und zum Glück war es dann auch ein Schweizer der das gemacht hat und ich werde ich der Sean Ross ich werde dieser junge Mann die zum Äußersten gezwungen ist ich werde den nicht im Stich lassen und ich gebe diese Information über dieser höchst aggressive und gefährliche und korrupte Polizist möchte ich alle weitergeben weil hier werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen in höchst organisierter Form so wie die Schweizer sehr sehr organisiert sind tja und jetzt okay das ist dann das Ende von Hans Rudolf Küni und seine Machenschaften da liegt er dann oder seine das Andenken an ihm ne hättest du es lieber nicht gemacht Junge hättest du mal lieber die Menschen respektiert und deine Aufgabe als Polizist erfüllt so wie du das machen solltest dann wärst du da nicht gelegen jetzt aber du wolltest es anders du wolltest schon dein ganzes Leben Polizist werden bleib hier also hier war das der Turmstraße 56 in Schaffhause also hier kam der aggressive Polizist wehrlose Menschen da terrorisieren und ja dieses Mal war das zu viel da ist er durch die Tür gegangen natürlich haben sie ihn reingelassen und da in dem Haus oder vielleicht da schon vielleicht diese Tür hat es Kugelöcher ne war so eine andere Tür hat er sein das was er wirklich ist hat er daraus ausgelebt der aggressive und korrupte Polizist und ja man kann ein Mensch dieses Mal hatte den Menschen der Roger Funkhauser haben sie zu viel gedrückt und ja der ist der ist einfach geplatzt und ja okay das war's so hier sind wir auf dem Pharaonen Friedhof wo der in Heimisville Pyramide und die Erdomination zweimal der Joachim und der Boaz das ist Friedhof irgendwo wird er vergraben und hier liegt er leider ist die Tür zu sonst hätte ich noch schnell die Hand geschüttelt da Hans-Rudi König was steht er sonst noch Bestattungsdienste Stalder in der Bauerbach ja na da liegst du dann Junge vor einem Monat hast du noch meine Familie und mich terrorisiert und jetzt sind wir da ganz nahe und die göttliche ja wir sind auf dem Friedhof die göttliche Gerechtigkeit hat zugeschlagen du warst so böse meine Kinder haben das nicht verdient was du da gemacht hast da sie anzulügen die haben keine Vertrauen mehr in Polizei jetzt meine Frau sie ist kranke Schwester sie arbeitet hart sie ist Schweizerin sie ist eine liebe Frau meine Kinder sind auch liebe Leute ich bin ein guter Vater die haben das auch nicht verdient warum hast du das gemacht von wem hast du die Befehle überkommen als du 20 Minuten im Auto warst ich komme mal zurück wenn es auf ist hier die Bude warum hast du das gemacht wieso warst du so böse zu Hause Engelchen spielen und auf die Arbeit da der Gang Ho der der Rambo machen wehrlose Menschen terrorisieren die Kamera aus der Hand schlagen sie rumschubsen sie erniedrige erniedrigende Befummlingen Befummelungen unterziehe und dann noch etwas zusammenlüge dass der Ausländer aggressiv wäre was überhaupt nicht wahr ist dass der Ausländer geschimpft hat das stimmt überhaupt nicht vielleicht kannst du mich hören Junge warum warst du so böse ich habe das nicht verdient man hat mich hier gefoltert 14 Jahre terrorisiert meine Kinder habe ich leiden sehen so wie wegen euch Polizisten die einfach Befehle ausführen und exekutieren ohne euch daran zu interessieren das was ihr genau tut warum wieso habt ihr so einen Hass auf andere Menschen und es war mir deutlich dass du da deinen Hass während mehr als 30 Minuten über mich und meine Familie übergehen ließ war es mir deutlich und warum warum haben Schweizer so einen Hass auf andere da liegst du Junge hast du noch Nachbarn nein kein Nachbarn leer dann komme ich mal zurück kann ich dir noch die Hand schütteln wieso waren sie so böse also hier das Pharaonen Friedhof mein letzter blik pyramide mit erbdomination und ja